Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry Primal. Wir sind jetzt... Ja, ich glaube von Welfen umzingelt. Ich sollte mal die Fakir entzünden, was zur verdammten Scheiße, wo ist das da? Oi, 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 oi. Wo ist denn jetzt hin? Ja, komm her, du Ratte. Erst rummucken und jetzt den Schwanz einziehen, oder? Komm doch her, hier, gönn dir. Was ist denn jetzt hin? Da hinten rennt er doch. Komm zu Daddy, hm? Ei, sag mal, du musst deswegen nicht gleich den ganzen Wald im Brand stehen. Komm jetzt her, hier. Jetzt hab ich ihn von seinem Rudel getrennt. Das kriegst du von mir, ey. Leg dich nicht mit Tucker an, Mann. Oh. Ja. Ähm. Hallo? Kann ich den jetzt einfach so... Aber er trinkt gerade so süß. Ach komm, weißt du, die sind böse. Außerdem brauchen wir das Fels im Überleben. Apropos, ich könnte ja mal gucken, ob ich vielleicht schon wieder irgendwas Neues machen könnte. Ha, ich könnte mir einen größeren Köcher herstellen. Was machen wir da gleich mal? Und unter Fähigkeiten... Ach. Ich hab noch zwei Punkte, die ich gar nicht verteilt habe. Mal was nehmen wir denn am Pflanzen... Hm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Wo, wozu? Aber wenn ich mir die anderen so angucke... Ja, es hört sich gar nicht so schlecht an. Jetzt geben wir das da einfach mal. Und ich würde sagen, wir können... Ja, machen wir da einfach das. Dann können wir uns während des Sprintens heilen. Ist auch gut. Gut. So, wen haben wir da jetzt noch? Das ist da noch ein Wolf, oder? Da haben wir einen Sperr. Oder, wer bist du? Ja, du bist ein Wolf. Oh. Uh, was war denn das jetzt? Ey, gib mir mal ein Sperr zurück. Au, Alter. Oh. Da kommen deine Freunde hier, ne? Ne, 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 ne. So, einfach gebe ich mich hier nicht geschlagen, ne? Komm mal ran hier auf den Meter. Ja, erst mal Hauptsache ganz entspannt. Das Fell abziehen, obwohl es gerade brennt. Klar, mache ich immer. Wenn mir kalt ist. Na gut. Ich glaube, den anderen Wolf werde ich jetzt nicht mehr... Obwohl. Ah, hinterlässt der Spuren, der kleine Wacker. Bist du mein Freund? Will ich suchen, ne? Niemand anderes. Aber wir können ja mal gucken, wo sind denn die Spuren? Oh, was ist denn los hier? Ähm, hallo? Oh, da bist du ja. Ich gebe mir meinen Sperr zurück. Okay. Es wird mir langsam ein bisschen zu Heike hier. Da kommen schon mir die Nächsten. Ich glaube, ich sollte lieber gehen. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Genau, meine Hunde. Los, greift sie an. Weitere halt nicht. Wie kann ich denn die Fackel eigentlich wieder ausmachen? Ach, hier. Feuer löschen. So. Ich glaube, die brauchen wir jetzt erstmal hier nicht mehr, oder? Ne. Ich hatte vorhin hier in dem Felsen was gesehen. Äh, auf dem Felsen hier was gesehen. Ähm... Ja, genau da. Hm, lecker. Dann können wir mal gucken, ob er vielleicht noch lebt. Hallo? Ey. Steh auf. Also hat man es damals in der Steinzeit gemacht, ne? Hat mal so ein paar Kellen verteilt, um zu gucken, ob der noch lebt. Ähm... Ja, aber sieht schlecht aus. Oh, was war das denn jetzt? Gerade ein Hechtsprung, oder? Also wie ihr seht, man entdeckt hier immer wieder irgendwas Neues. Ähm... Kommen wir hoch? Ne? Okay. Oh, es wird schon wieder Tag. Wie kurz sind denn die Nächte? Äh, äh, beruht euch mal wieder. Hey, ganz ruhig. Wow, wow, genau. Schnappt euch die Ziege und alles ist gut. Nicht hier rüber. Ich geh mal lieber rüber hier. Kein Wacken schon, den anzulegen. Ach, ein Toter. Ähm, ja, ich hätte mich mal fragen sollen, warum der vielleicht tot ist. Hallo. Alles gut, alles gut. Beruhig dich wieder, ja? Na, beruhig dich wieder, hab ich gesagt. Jetzt sag mal. Mach jetzt hier zu, wegrennen. Ja? Komm nach Hause. So. Na, ihr? Ich, ich, ich will nichts machen. Äh, so war. Er macht aber auch so gut wie in die Ruhe, ne? Was ist das da? Ach, ein grünes Blatt. Okay. Und die soll da hinten hin? Von da kamen wir doch gerade. Können wir mal die Waffe wechseln. Okay, also hier sind wieder Wanger zu retten. Da ist unser Freund. Wo sind die Feinde? Ähm, ist das eine Falle? Töte alle Wachen. Ja, aber wo sind denn die Wachen? Das ist ja die Frage. Ich sehe weit und breit niemanden. Aber hier sind wieder Blutspuren. Vielleicht sind die Wachen ja gerade auf Jagd gewesen. Mal gucken. Fühlt hier oben an. Also hier hat die Spur wieder auf. Ja, gut. Wo war er jetzt gewesen? Ach, jetzt haben mich da Leute gesehen, oder wie? Aber wo denn? Ach, da. Ja. Ja. Ja, wo ist jetzt mein Ranger-Freund? Ist nicht mehr. Na, klasse. Ja, gut. Hat sich ja gelohnt. Die ganze Rettungsaktion hier. Na ja. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Da sehe ich schon hier die nächsten. Ah. Hey, es sind Freunde von mir. Ähm, hallo. Taka ist da. Hallo. Ähm. Ach, okay. Ich sah gerade aus wie so ein verbranntes Stück Holz irgendwie. Ja, gut. Ähm. Ich will euch denn... ...nicht weiter stören. Ich gehe da mal lieber. Aber da hinten sehe ich wieder eine nächste Aufgabe. Ups. Ich wundere, wenn ich ab und zu mal irgendwie so versuche mit ein paar Bäumen zu kuscheln. Äh, ich mag Bäume. So, herrlich mal bin ich jetzt... Ach, da. Ich habe mich gerade schon gewundert. Wo sind die denn jetzt hin? Aber da ist man... Nein! Sag mal, warum tötet ihr denn ständig, meine Leute? Ihr seid so eine Arschgeim. Ey, wie schnell muss ich denn sein? Sogar zwei. Warum? Ist doch nicht wahr. Also, ich glaube, es wäre für alle Beteiligten besser, wenn ich einfach aufhöre, sie zu retten. Es bringt nichts. Egal, was ich mache, alles stirbt. Ähm. Oh, hallo, Pumbaa, na? Hab ich nicht mehr gesehen. Du hast eigentlich, äh... Kimon gelassen, hm? Ah, bis jetzt habe ich, äh, nur eine Rettungsaktion irgendwie mal richtig gemacht. Oh, was ist denn hier? Oh, was ist denn hier? Äh, äh, eine Steinwand. Äh. Ja, was sich hinter dieser Steinwand verbirgt oder auch nicht. Ähm, ich sehe da übrigens was glitzern. Ähm, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ciao. Vielen Dank.